willkommen zurück zu black ops 3 und zwar spielen wir eine runde herrschaft los jetzt sehr schön exodus und redwood sagt mir wedet nicht aber die darunter sieht eigentlich auch ganz nice aus die da drüber sieht nämlich so aus wie von star wars battlefront die map und die sieht außer aus aber ich bin aquarium warum auch immer aquarium man findet ja hier keine spieler hier jetzt hier scheiß gewartet wenn wir jemals spielen hier und sich mal hier wegen ja aufregen ist eine normale aquarium herrschaft ja dann schauen wir mal was wir hier wieder reißen weise herrschaft ist einfach geil die ziele ein ja machen wir doch auf jeden fall ist gleich zu viel weil ich finde alle wenn alle auf jeden punkt rennen ja der tag immer bei anfang also nicht wundern die pläne sau die ganzen helder hallo jetzt ist noch ganz sauber im kopf der ist rang 1 und kölnisch hier so eine scheiße man kommt keiner man hilft mal hier bekommt weiter mal verpiss dir doch mal man ja ich war im arsch alter hallo was ist denn jetzt weiter ich sehe gar nichts ja komm weg hier stunden hatte alter alter will sie oder whisky alter schafft ja stimmt doch du penner alter ja du bist der richter so das wort muss erst davon hören ja ich kann ja nicht sein er kann niemals da lang können wo ich lang können alter da jedes mal die gleiche mit dem wixer ach egal ist hier auch mal einer alle orte gesichert positionen ein beschissen schönen tag noch ja ganz sicher ist hoch alter ich bin so geil die ganze bude ist da voll mit denen man schießt du denn nur idiot und noch eine runde und 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 hier ein hier, go. Sauber. Oh. Man ist immer voll dabei und dann... Oh, schön durch den Hebel. BÄM! Alter, das steht geil. Ah, Leute. Ich kann das auch noch. Ich kann auch durch den Hebel ballern. Pff. Komm, 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 komm. Los, nimm mal hin. Ja, voll. Rutsch, rutsch, rutsch. Der Token ist natürlich schon so geil. Rutsch, 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 rutsch. Weiter am Boden. Nice. Wir verlieren... Boah. 9, 14. Äh, nicht die beste Leistung hier heute. nein nein da waren drei leute keine chance ihr versucht in einer arge einzunehmen wahrscheinlich nein scheiß der hat natürlich gesessen was denn hier los jetzt hier 11 17 9 läuft ja richtig gut hier mal wieder ein Stück doch mal der war so sauber der küll feindliche hellstorm unterwegs sichern sie alle orte gesichert positionen halten ja jetzt sind wir schon wieder hier unten da hier ist ist doch woher denn der hin wir verlieren ein nach ich renne nicht hinterher ey nervig aber aber wer macht bock soldat ausgeschaltet ein weiterer sieg zurück zur basis warte mich mal an kurz der 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 anfang läuft immer übelst scheiße ja und dann in der mittel so wenn ihr erste halbzeit was zu ende ist läuft gut der anfang ist immer so scheiße ey man also bevor ihr los habt hier mkd heißt heißt mediacraft talents also nicht dass ihr euch wundert habt ja da ich ja da in diese komische netzwerk bin mkd mediacraft talents falls fragen aufkommen sehr schön sehr schön sehr schön dann würde ich sagen sehen wir uns jeden fall in nächsten part oder rein bis dann